Ich mach mal hier die Scheiße zu. Huch! Hallo, cool! Ich bin aber schon wieder Level 30 eigentlich, ey. Hallo, cool! Hallo, cool! Sehr, du bist auch schon voll. Ja, ich hab einfach kurz rausgeholt, was machbar ich, wir sind hier dran. Hallo, Dias! Oh ja, das sind ziemlich viele. Jetzt hab ich 35 Diamanten. Sehr schön. Hast du doch Fackeln? Nein. Das sind Diamanten. Das sind Diamanten. Oh ja, du bist. Oh ja, ich bin der Fall. Oh ja, ich bin der Fall. hier ist der brauche jetzt nicht mehr vorhanden ist ja gut hier ist viel cooler es sind noch mehr Kohle Kohle und Eisen sehr sehr gut so jetzt bin ich bei einem Stack und 22 ist doch gut ich bin mal ganz weit weggesetzt von meinem Mikrofon aber nicht ganz ganz leise dann schiebt dein Mikrofon zu dir auf keine Lust unbequemer die Zuschauer wollen dich auch hören gleich die Zuschauer hey 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 ja ich rede von mir also au 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 oh nein du stirbst wegen ... wegen was? wegen Gravel wegen Gravel das Schiff wurde lebendig vergraben und so so fühle ich mich hier oben ist noch Gold wenn du es suchst das ist auch noch Gold das ist auch noch Gold ich will gleich hier Nachrichten oh ich schütt hier gerade einer 10.000 Vorderse hey 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 naja was ist das hier was ist das hier wo sind die denn hier aufgetragen Nein. Verlust. Cool. Das war's. ab 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 bock wir sind ja schmanten 152 diamanten heilige kacke Mein Gott hat der mir Schaden gemacht! Der hat mit seinem scheiß Eis gesperrt, holy moly! Da ist wieder Kohle! Und Eisen! Ja Skelett, ich weiß, du willst gerade mein Fleisch, aber nein! Was ist denn? Kohle! Boah, war das knapp! Boah, hoho! Okay, das vielleicht nicht! Oh mein Gott! 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 Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, zurück! Wir haben keine Hackel mehr! Wo bin ich? Und du hast keine Herzen! Wo bin ich? Oh mein Gott! 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 Ich brauch jetzt mal was zu futtern. Wo was zu futtern? Ach, ne B. Find ich gut. Brrrr. Das wird ja natürlich jetzt scheiße. Ich hab deine Sachen übrigens noch nicht gefunden, ne? Was? Ich hab deine Sachen noch nicht gefunden. Alles gut, ich komm ja eh. Oh, das ist falsch. Ich weiß ja, wo die sind. Ja, das dauert aber. Zehn Minuten oder so. Fünf bis zehn, glaub ich. Damn, da ist richtig Paddy. Die Frage ist jetzt, bin ich überhaupt im richtigen Gang? So viele Gänge, wie wir hier gemacht haben, super. Ist das ein Spawner? Na, ich hoffe nicht. Weil hier sind sechs Skeletons und... Ich glaube, ich bin im falschen Gang. Ich bin im falschen Gang. Toll, super. Super, wenn man hier tausend Gänge hat. Ach, da kommt auch ein Krieg rein. Du hast aber auch alles mitgenommen, kann ich das sein? Was? Hä, wo bin ich denn? Oh Gott. Oh Gott. Ich bin im Gang, okay. Oh mein Gott, ich hasse es. Oh nein. Nicht im Ernst, oder? Ach man, dieses scheiß Wasser. Holy shit. Hoffentlich bist du bei mir in der Nähe gestorben. Direkt daneben. Das heißt, manche von den Sachen könnten weg sein. Und du bist... Ja, weil ich da so einen scheiß Grafikfehler habe. Einfach ein Loch im... Nirgendswo. Gibt ja nicht irgendwie Steuerung... Nee, nicht Steuerung. Alters? Ich hab nichts verstanden. Uff! Gab irgendeine Tastenkombination, die die Sachen neu geladen hat? Chunks? Guck mal. Nee, ich bin immer wieder irgendwelcher. Oh, Junge, wie langsam ich bin, weil ich keine Keulen mehr habe. Ist jetzt ein bisschen, äh... Bisschen, äh, belastend. Oh nein, ich hoffe, meine Sachen sind nicht weg, weil du da explodiert bist. Mein Domschild. Ich hab so gesagt, ist okay, ich geh dahin. Ja, aber ich wollte es zubauen und da kam plötzlich ein Creeper aus demnächst und ich hänge ein Wasser fest. Ich kann mal irgendwo hin. Ist der Creeper dann im Wasser explodiert? Nein, dann wäre ich ja nicht gestorben, oder? Das weiß ich nicht. Also ohne Rüstung. Ich glaub, das stimmt man trotzdem. Boah, Alter, bin ich lahmarschig. Ich glaub, ich bin gleich wieder da. Also und dabei wolltest du grad wieder zurück. Okay. Ja, ich hab gesagt, lass uns zurückgehen. Genau aus diesem Ort. Ja, aber da war ich ja noch in der Höhle drinnen. Noch mittendrin. Aber jetzt sind da wieder neue Viecher bestimmt gespawned. Ich hab eigentlich ausgeleuchtet ein bisschen. Ich hab kein Schwert. Also ich muss da jetzt... ...echte... ...Glück haben. Naja, da wo ich natürlich gestorben bin, ist nicht ausgeleuchtet, ne? Tja, das ist natürlich... ...belastend. Kommst du eigentlich auch noch dahin? Ich bin direkt hinter dir. Quasi gleich. Quasi? Ich hab aber nur noch drei Hungerkeulen. Ich... Zweimal... Ist mir eh richtig? Ich glaub schon. Ja. Die Gang endet da. Du kannst es nicht verfehlen. Dann da hoch. Dann da hin. Hier um die Ecke. Und da bist du gestorben. Ich hab 15 Pfeile. Warte, warte, warte. Da ist ein Skelett. Oh mein Gott, deine Sachen sind gerade die spawnend. Nicht im fucking ernst. Doch. Ich wollte gerade hinlaufen und dann hat mich das Geld zurückgeschossen und dann sind sie weg gewesen. Ja, das ist sehr schön. Und da waren auch deine komischen... Ich hab kein Bock mehr auf das Projekt. Sehr schön. Warum bist du stehen geblieben und bist nicht zu deinen Sachen gelaufen? Ist das jetzt meine Sachen? Jo. Ich weiß nicht, was von dir war, ne? Nö. Ich bin ja da gestorben, Mann. Ja, aber ein paar Sachen hab ich aufgenommen. Ich bin ja komplett voll gerade. Ach, meine Fresse. Jetzt sind... Alter, nee. Das ist schon wieder so demotivierend. Oh. Oh, Junge, Junge, Junge. Ja. Ja, das war's. Das waren nur Steine. Na, wir gucken mal, warum das ist. 64 Kuhle noch. Deswegen ist kein einziger Tier. Hat es ja gelohnt. 5 Folgen Farm für nichts. Unlucky. Oh, Mann. Es tut mir leid. Aber hey, wir haben jetzt genügend Ressourcen, um vielleicht ne Glory zu machen. Juhu. Ich höre die Motivation... ... in deinem Ton. Ich glaube, ich sterbe an Hunger. Ist nicht... Hardcore. Ich glaube, man kann nicht sterben. Ist auch schwer. Oh. Hm. Schwer verhungert, Mann. Ja, dann hab ich auch ein Problem. Ah, wir sind auch nicht genug gestorben. Ach, ey, das ist doch jetzt echt belastend, Mann. Ich hatte ungenug bestimmt 10 Stacks Kohle oder so. Ja, ein bisschen habe ich davon. Boah. Boah. Aber die Sache ist halt, ich stand genau davor und wollte gerade reinlaufen und es ist weg gewesen. In dem Moment. So scheiße. Aber ich war auch voll, also ich hätte wahrscheinlich hier nichts aufnehmen können. Warum die spawnen überhaupt Sachen, ey? Das ist doch kacke. Boah, meine Glücksspitzhacke, Alter. Boah, meine Glücksspitzhacke, Alter. Boah. Hahaha. Scheiße, ey. noch ein keulchen Noch anderthalb